Er war ein Killer. Und er war der Beste. Bis er selbst zum Opfer wurde. Aber sie holten ihn zurück. Von den Toten. Wir haben dich von den Toten zurückgeholt, damit du unser Land vom Pöbel befreist. Sie gaben ihm ein neues Gesicht. Wir sind die Leute, die dieses Land säubern. Und sie manipulierten seinen Willen. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Wisst ihr, woher ich komme? Wie ich bin? Sagt mir, was ihr von mir wollt! Sagt es mir! Sie benutzten ihn skrupellos. Es ist Zeit für Ihren nächsten Auftrag. Um für Sie zu töten. Wir wollen, dass Sie für uns einen Spezialauftrag erfüllen. Stellen Sie keine Fragen. Es hat alles seine Richtigkeit. Aber sein nächster Auftrag könnte alles von Grund auf ändern. Weiß jemand davon. Oh! Ihn auszuschicken, sie zu töten, war Ihr größter Fehler. Ich will sie tot in 24 Stunden. Dieser Mann ist nicht der, der behauptet zu sein. Du willst mich umbringen? Nein, aber so lautet mein Auftrag. Und von wem? Jemand von der Regierungsspitze. Ich weiß nicht wer und warum. Sind Sie dich unter Druck gesetzt? Sie haben mich in der Hand. Ich muss es tun, sonst bin ich ein toter Mann. Er ist einem Geheimnis auf der Spur. Das hat ernste Konsequenzen. Schmidt! Und kein Geld der Welt. Das war der letzte. Kein Auftrag. Schmidt! Ein Waffenhändler. Und kein Hindernis. Kann mir nichts nach aufhalten. Er ist eine Killermaschine. Einmal in Gang gesetzt. Gibt es kein Zurück mehr. Jeff Wincott Michael Ironside The Killing Machine Sie machen mir nie Wiedervorschriften.